Hallo, juhu, schön, dass ihr wieder da seid, alle weiteren Freunden, Adventskalender, Adventskalender 2021, Düsseln Nummer 5, auf jeden Fall, Düsseln. Ja, herzlich willkommen dann auch von mir, Hallöchen. Ihr merkt, ich darf nichts mehr sagen. Das macht Eis der Kurze. Ja, und wir sind beim Türchen, in unserem Fall Tütchen, Nummer 12. Habe ich schon. Hast du gesagt, ja. Stimmt. Du bist eine Nase. Ziehst du wieder Grimassen? Nein. Mach doch mal bitte die Cam an. Unten. Und den Rahmen. Ja, das war die falsche. Da. Da drunter. Ah, ja. Dann waren wir gerade mal weg. Falscher Knopf. Egal. Macht ja nichts. So, ihr seht, im Bild unten haben wir schon den Porsche hingestellt, unseren kleinen Schlepper. Porsche Diesel 108. Genau. Den Porsche Diesel 108. Super. Hast du toll gemacht. Hör mal. Perfekt. Und wir sind jetzt bei unserem 12. Tütchen. Deswegen flitzt der Luca jetzt. Und guck mal, wo es ist. Oder hast du etwa wieder den halben Tag davor gehangen? Nein. Nein. Das werden wir ja jetzt gleich sehen. Und der habe ich. Wie schnell du. Dann lass mich jetzt. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Dann geh mal. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Dann bin ich auch immer wieder sprachlos. Immer erst nein. Sagt. Oder? Dann hab ich wohl. Ja. Und natürlich. Da. Erst. Ein Daumen nach oben. Auf und liegen. Und tütti. 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 Dann darfst du auch deine Wüßme. Fumma sind. Da oben. Hey. Da oben in der Ecke. Da. Da. Genau. So. Da war es gerade. Jetzt machen wir unsere Tür. Den hat da. Unser Türchen auf. Türchen, Türchen, Türchen. Ach, mir doch egal. Komm, wir machen das jetzt auch hier. Türchen, Türchen, Türchen. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird ein kurzes Video. Richtig. Ja. Außer Luca macht wieder irgendwelchen Unfug. Unfug hier. Aber was das super tut, wurde so. Oh, hey. Wenn man sich die Tüte genau anguckt, dann kriegt man raus, wie es geknotet wurde. Die Nummer 12-Seite. Ja. Moment. Wir machen die Nummer 12 mal hier unten hin. Einverstanden? Ja. So. Da ist sie. Die 12. Aber die 1 ist bitte du bist. Das ist Mamas Schrift, ne? Kann man halt nichts dran ändern, an der Schrift. Die ist halt schon alt, die Schrift. Ähnelt fast so ein bisschen der Sütterlin. Wer die kennt. So alt. Na, aber so alt ist sie nicht. So, meine Lieben, da ist der Schlepper und das ist das Teil. Guck mal. Gibt's nicht. Da ist das Teilchen. Und das bauen wir jetzt da hinten dran. Und das war's dann auch schon für dieses Törchen. Also nur Eistal. So, wie rum müssen wir denn? So rum. Guck. 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 Da ist es dran. So, wie da, aber diesmal nicht so lange. So, hier. Das Teil haben wir jetzt hier hinten dran gemacht. Damit uns die Achse nicht mehr rausfällt. Ja, und dann geht's morgen weiter. Das war's schon. Die Nummer 13. Die 13. Da gibt's dann wieder ein paar Teile mehr, wo wir dann wieder ein bisschen friemeln müssen. Aber das macht uns ja Spaß, ne? Deswegen sagen wir, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Euer Kolke. Und Luta. Tschüss. Tschüss.